Meine Herren, das sollten Sie hören. Es ist Grund, zu glauben, dass die japanische Stadt Hiroshima noch nicht mehr existiert. Nur die stärksten Gebäude stehen. Er spielt den Deutschen die Nachricht vom Abwurf der Atombombe auf Hiroshima vor. Im Angesicht der Niederlage sollen sie die ganze Wahrheit offenbaren. Tatsächlich reagieren die deutschen Wissenschaftler spontan und emotional. Die sind, so wie es aussieht, 50 Jahre weiter als wir. Das ist völliger Unsinn, wenn Sie mich fragen. Ich denke nicht, dass es etwas mit Uran zu tun hat. Heisenberg konnte es einfach nicht glauben. Sein Ego stand ihm im Weg. Er konnte einfach nicht fassen, dass die Amerikaner schneller gewesen sein sollten als er. Doch wie weit die Deutschen gekommen waren, bleibt unklar. Bis Timothy Köth und Miriam Hiebert aus Berlin spannende Neuigkeiten erreichen. Christian Forstner hat einen weiteren Uranwürfel ausfindig gemacht. Er befindet sich in Besitz des Bundesamtes für Strahlenschutz. Warum haben Sie den Würfel in einer Plexiglassschale drinnen? Uranus hat ein giftiges Schwermetall, also auch schon chemisch, nicht nur über die Radioaktivität. Und man verhindert damit, dass Krümel vom Würfel verteilt werden und damit, dass man zum Beispiel Krümel aufnehmen könnte, wenn man irgendwas angefasst hat am Würfel und dann irgendwas isst. Bereits seit Anfang der 1990er Jahre ist der Würfel in Besitz der Behörde und wurde dort gründlich untersucht. Aus der chemischen Zusammensetzung lesen die Forscher, dass der Uranwürfel im Jahr 1943 hergestellt wurde und zu Heisenbergs Bestand in Heigerloch gehörte. Der Würfel war also Teil des Reaktors. Aber lief der Reaktor? War der Würfel in einem kritischen Reaktor oder Versuchsaufbau mit drinnen? Was man feststellen kann, ist, dass der Würfel nicht an einer kritischen Anordnung beteiligt war. Weil dabei entstehen natürlich durch den Neutronenfluss Aktivierungsprodukte und auch Spaltprodukte. Und die hat man bei einer Laboruntersuchung nicht gefunden. Sollte das bedeuten, dass Heisenbergs Reaktor nicht funktioniert hat? Obwohl er im letzten Moment auf die vielversprechende Würfelmethode umgestiegen ist? Und wenn dem so war, warum nicht? Woran könnte Werner Heisenberg, einer der brillantesten Physiker aller Zeiten, gescheitert sein? Diese Frage ist seit mehr als 70 Jahren unbeantwortet geblieben. Wie ist die Frage? Werner Heisenberg? Wie ist die Frage? Haben Sie? Werner Heisenberg? Werner Heisenberg? Untertitelung des ZDF, 2020